Mit dem Fraport VIP Service bietet der Flughafenbetreiber bereits seit 40 Jahren einen äußerst komfortablen Check-in an. Das Motto lautet exklusiv und stressfrei reisen bereits am Flughafen. Das Interessante, man muss gar keine VIP sein und auch nicht erster Klasse reisen. Dieses Angebot ist für jeden Fluggast buchbar. Der schnelle und unkomplizierte Ablauf liefert nicht nur eine willkommene Zeitersparnis, viele Gäste legen auch großen Wert auf persönliche Betreuung, Sicherheit und Diskretion. Jeder Gast ist besonders, das kann ich aus Überzeugung sagen. Aber natürlich haben wir neben Businessreisenden, Privatreisenden nach wie vor auch prominente Schauspieler, Sportler. Und natürlich, ein ganz großer Teil wird immer noch durch unsere Politiker bzw. Diplomaten oder Könige bei uns betreut. Die Passagiere können bis 90 Minuten vor Abflug mit ihrem Pkw anreisen. Ein persönlicher VIP-Betreuer nimmt sie in Empfang und kümmert sich um die Gepäckabfertigung, den Check-in und weitere Formalitäten. Währenddessen können sich die Reisenden in der Eingangs-Lounge bei kleinen Speisen und Getränken entspannt zurücklehnen. Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen der Europäischen Union muss auch der VIP-Gast zum Security-Check. Gleich danach aber geht es exklusiv weiter, stehen doch für die Fahrt zum vorfeldseitigen Lounge-Bereich edle Limousinen zur Verfügung. Für Gruppen ab drei Personen gibt es ein weiteres luxuriöses Fahrzeug. Jetzt sind wir in unserem VIP-Bus, der von allen Gästen sehr geschätzt wird, einfach weil er im Interieur anders ist. Und er ist sehr bequem und es ist einfach schon ein kleiner Hauch von Luxus. Nach kurzer Fahrt kommt man am Gebäude des VIP-Services an. Ein wahrhaft staatsmännischer Empfang erwartet den Gast. Derzeit stehen den Gästen vier Lounge-Räume zur Verfügung. Zwei kleinere mit individueller Wohnzimmer-Atmosphäre und eigenem Badezimmer sowie zwei größere Räume für Gruppen. Ein reichhaltiges Medienangebot sowie kostenfreies WLAN stehen in jeder der Räumlichkeiten zur Verfügung. Für Snacks und Getränke ist selbstverständlich auch gesorgt. Jeder Passagier hat individuelle Anforderungen, die das Team um Bärbel Storch gerne erfüllt. Einer der gern gesehenen Gäste am Frankfurter Flughafen kommt aus dem fernen T-Pet. Häufig ist eine Heiligkeit der Dalai Lama bei uns, der diesen Bereich Frankfurt, aber Hessen insgesamt, der ist ja in Hessen sehr, sehr verbunden, aber eben auch gerade die Mitarbeiter dieses Bereiches ins Herz geschlossen hat. Und er ist praktisch wie einer von uns. Und wenn er da ist, kommt er ins Büro und spricht und lacht mit uns und scherzt. Und er ist ein bezaubernd fröhlicher, froher Mensch. Die 30 Mitarbeiter des VIP-Teams sind an sieben Tagen in der Woche von 6 Uhr bis 23 Uhr für die Gäste da. Bärbel Storch weiß um den besonderen Service für ihre Gäste. Das ist Dienstleistung auf einem ganz hohen Niveau. Und vor allem ist es uns eben möglich, diesen Dienstleistungsgedanken auch noch mit einer großen Erleichterung für den Fluggast durchzuführen. Das ist eine sehr schöne, breite, große Herausforderung. Aber eben auch von Herzen Dienstleistungen tun und unseren Fluggästen wirklich den besten Eindruck unseres großartigen Flughafens mitgeben. Und diese besondere Dienstleistung ist eben nicht nur für VIPs oder Staatsgäste vorgesehen. Jeder Flugreisende kann diesen besonderen Service für 298 Euro buchen. Begleitpersonen zahlen 110 Euro. Ein Angebot, das mehr und mehr genutzt wird. So ist die Arbeit für die Mitarbeiter auch immer wieder aufs Neue spannend. Das Schönste an diesem Job ist die Vielfalt an Menschen, die man hier kennenlernen kann, aus allen möglichen Zweigen. Vor dem Abflug bringt der persönliche VIP-Betreuer die Gäste per Limousine oder VIP-Bus direkt zum Flugzeug, wo sie je nach Wunsch als erstes oder letztes an Bord gehen können. Bis zu 48 Stunden vor Abflug ist dieser besondere Service auf der Seite der Fraport AG buchbar. Probieren Sie es doch mal aus, man gönnt sich ja sonst nichts. Bis zum nächsten Mal.